Hey Saarland, meine Koffer sind schon gepackt, jetzt geht's auf nach Köln, der Song sitzt schon. Ich freue mich mega auf die Show mit den anderen Kandidaten, es wird ein geiles Opening geben, zwei Ende Gruppenperformance und einen ganz eigenen Song. Bitte schaut rein, am Samstag 20.15 Uhr einschalten und für mich anrufen. Bitte, bitte, ich danke euch, euer Kevin. Tschau!